Alright, so Coddy, Hotdog-Desaster, dann machen wir das Hotdog-Desaster, dann die Polizeistation und dann gehen wir wieder zum normalen Auftrag. Ja, ich falle noch nicht auf meine Waffen, ja. Alles klar. Schaue ich doch gleich einmal, natürlich, wieder nach dem Fahrzeug. Wie soll denn das so jetzt bei mir? Wo habe ich denn das abgestallt hier vorne eigentlich, oder? Oder das war eigentlich Straßenzimmer. Ja, doch, 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 war ich doch richtig. Oh, okay. So, und rauf. Und Gas. Und weg hier. Boah. Auli, mauli. So, ich habe da noch irgendwo markiert. So, ich weiß nicht. So, du musst noch ein bisschen Waffen leeren, habe ich gehört. Ja, ja. Ich bin auf dem Weg. Alright. So, ich bin auf dem Weg. Ich bin wieder gekillt. Alright. Das Spiel ist irgendwie geil. Oh ja, das kannst du laut sagen, Jan. Ich bin hart, was ja. Wird aber halt echt viel zu wenig gezockt, ich weiß auch nicht. Ja, ist halt der dritte Teil. Genau, wir haben halt so letztes Mal noch ein bisschen drüber geredet, aber das ist echt ein bisschen schade. Ey, das hier echt nicht. Bei mir 30. Nice. Und jetzt spielst du von Bon Jovi. It's my life. Jawohl. So, wie zur Hölle sollen wir denn da jetzt wieder hochkommen? Ja, fast 300er Killstreak. Over 9000. Kommt irgendwann nochmal nach. Irgendwann. Ich hätte hier wieder ein tragisches Handy. Ich sehe das auch, aber das ist auf irgendeiner Säule drauf. Das musst du mir wahrscheinlich dann helfen, wenn du fertig bist. Ich habe keine Ahnung, wie man da wieder hinkommen soll. Ich glaube, so fliegen oder so geht hier auch schlecht in diesem Game. Ja. Jetzt ist es die Frage, ob ich die Säule komplett kaputt machen kann. Ja. Kann man? Nein. Das war gerade mein Ende meiner Killstreak. Also. 94. Dann schauen wir mal. Ja, es geht noch weiter. 410. Einer Flamme. Nice. Oh, jeder Waffen. Kannst du den kurz zusammenbasteln und mir dann geben? Den habe ich mal zusammengebaut, ja. Ich habe nämlich keine Waffen mehr. Was haben wir eigentlich hier für einen Point dann noch? Was haben wir so just for fun? Ausschließlich mit Feuerwaffen wäre ich hier so ein Punkt. Feuerwaffe. Feuerwaffe. Ich hätte ein Flammenschwert noch. Ich könnte dir den Drachen hier geben. Ja, oder das Flammenschwert, je nachdem wie du Bock hast. Ja, dann hast du gleich den Drachenkopf. Vielleicht können wir da nochmal was zusammenbauen. Ähm, also hier droppe ich den Drachenkopf. Also hier droppe ich den ersten Mal, so. Klasse. Und vielleicht wieder was zum Essen mitnehmen. Das wäre auch nicht verkehrt. Ich schau mal kurz, was man aus dem Drachenkopf bauen kann. So. Alter, wir gingen nochmal im Nechadrache. Sonnenschirmkopf. Jawohl. Liegt da irgendwo Feuerwerkskörper rum? Ich schau grad. Hier sind nochmal... Hier bei mir. Feuerwerkskörper. Und hier Feuerwerksrakete. Ich brauche noch Feuerwerkskörper. Aber bei mir. Ich schau mal, ob ich nochmal was finde. Ich würde mir auch gerne nochmal... Oh, da wäre sogar noch nicht stark. Ich würde ja komplett übersehen. Weißt du, soll ich zwei Feuerwaffen? Ja, aber dann hätte ich... Wenn ich da jetzt nochmal Feuerwerk... Oh, da habe ich noch was gefunden. Weil dann kann man... Du hast aber noch einen Sonnenschirm davor. Was heißt Mechatrachen, damit du Mechatrachenfeuer bauen kannst? Äh, okay. Dann machen wir den Schirm noch kurz. So. Du hast den Falschen! So. Und dann nochmal den nochmal... Warte mal den mit... Den mit Feuerwerkskörper. Äh, Megadragäser. So. Okay, dann kannst du... Können wir starten. Warte mal, ich stand ja erstmal noch. Wo gibt's denn hier dann... Zombies? Okay. Weil ich... Willst du links oder willst du rechts dann rennen? Das müssen wir ein bisschen vielleicht absprechen. Ähm... Ich kann nach links laufen. Okay, dann geh ich schon gleich mal rechts. Weil das ist ein bisschen weiter entfernt. Ich kann's auf mich auslässt. Alles klar, hab schon gestartet. Alles klar. Okay, 40 Kills müssten wir ja hinbekommen. Wuhu! BAM! Tch tch tch. Tch tch. 13 Kills noch. 13 Kills noch. 6. 3. Jawoll! Wuhu! Easy! Sehr gut. Und wieder 20.000 dp, ja. Das war wirklich krass. 30.000 sogar. Nice! Der Flammenhelm ist mega scheiße. Okay. Den... Den wir jetzt eigentlich gebaut haben? Bitte was? Den wir jetzt... Äh... Gebaut haben und aufgesetzt... Aufgesetzt haben, oder? Warte, ich muss das Musik jetzt mal machen. Jetzt kommt los. Warte mal, was ich dir noch fragen wollte, wenn wir hier eh schon da sind. Ja, warte, warte, warte. Hier noch... Äh... Wegen den... Äh... Ende da. Äh... Wie heißt das immer? Oben auf der Säule hier. Wie zur Hölle soll man da drauf kommen? Wo auf der Säule? Auf der Säule ist ein... Tragisches Ende. Tragisches Ende heißt das. Können wir nicht raunterschießen? Ich hab keine Ahnung, wie man da raufkommen soll. Wenn wir eh eh schon mal da sind, können wir mal noch gucken. Da kommt keiner an dich ran. Scheiße, jetzt muss ich wieder mitziehen. Fuck. Teeh... Es läuft grad die Zocker ab in den Papier. Aber ich glaub, da kommt man echt irgendwie nicht hoch, oder? Wie soll man da raufkommen? Ja, man muss irgendwo raufkommen. Ich hab ja auch schon ein bisschen probiert, aber... Ich hab ja auch schon ein bisschen probiert, aber... Keine Ahnung. Wahrscheinlich mit dem LKW, wenn du ihn da nebenhin stehst, kommst du rauf. Ja, okay. Oder mit dem PKW oder so. Das könnt ihr wahrscheinlich sagen. Ich würd sagen... Lass ihn mal kurz aufsteigen. Ja, weil dann fahr ich zum nächsten, ha? Hotdog mäßig. Und dann vielleicht beim Safehouse stehen, wenn ich mal wieder rauskomme. Alles klar. Nein, ich hab Line fertig, ich hab's gut hier. Oha! So, wo war denn da? Die letzte Line um 30. Safehouse war hier links, oder? Wo war denn das? Geht die Straße dann rein? Oh Gott! Runter! Ui! Wegs. Wird Fernkampf und Nahkampf fast voll. Wenn mein Safehouse wär... Boah, ach nee. Du musst dort... Nice. Äh, willst du Safehouse noch kurz? Nee, wieso? Ich geh da... Komm mal kurz hoch. Also, okay. Alright. Oha, da brennt's. Nein, nein! Mein Wagen! Was würden die Monster damit gewahrt? Die sollen gegen meine Kostbarkeit getrautern! Entschuldigung! Oh! Nicht unser Angreifen! Oh Gott, jetzt spielst du 99 Luftballons. Na wohl, Alter! 99 Luftballons oder 99 Zombies? Oder eher 399 Zombies. Zubereintes Fleisch! Gewürze zum Erführen! Ah, da füllen die Zombies da rauskommen. Senor! Ich muss in einen Tag! Bring George zur Küche! Oh Gott, nein! Er kann doch bestimmt mit hineinsteigen, oder? Meine Pistole! Wo? Hier? Ja! Wieso findest du die Wägen nie? Was? Du findest irgendwie nie die Wägen. Okay, schauen wir mal. Ah, der kann sogar seitlich rein. Alles klar. Alles klar! Ja, du musst wieder durchs Feuerwerk durch. Okay. Feuerwerk und dann... Hier sind wir eh schon fast da. Ja, easy! Pfff! Okay, das war mal geil. Ich zieh dem Meister bei der Arbeit zu. Aber jetzt könnt ihr uns noch was kochen, hm? Ah, der hat gar ne Mucke. Hm, was gibt's denn da? Apfel mit Kuchen? Mit Brot? Alright. Salz! Pfeffer! Speck! Mehr Speck! Beer! Habanieras! Besten Schmerzen von Oliven! Ja! Ich nenne es den Master Dog! Ich nenne es schützt das Herz eines Nebenkriegers! Kein Witz! Willst du ihn nehmen oder soll ich ihn nehmen? Alter, ich glaub der läuft eh wieder dir hinterher, oder? Nehmen wir ihn aber doch mal mit dem Master Dog. Achso! Kann ich den werfen? Ich kann ihn auch werfen. Alles klar. Okay. Alter, ich kann mit dem Pistolenschuss keinem Zombie wohnen hinten, jawohl. So, dat heißt jetzt auf Polizeistation, ne? Ja, ich werd zuerst safe aussagen. Okay. Schau mal, ob ich da noch hinkomme. Immer wieder krass, wie man sich da durchkämpfen muss. Aber da ist mein Problem. Neunzig Luft... Fuck! Ich hab' ich schon der Person! War deswegen ziemlich die Mitreidkasse ist. Ja. Aber da war doch hier... Da kann man wohl liegen die Pläne. Die liegen da oben. Wolle ich da hochhalter? Das frage ich mich auch ab und zu. Gehen wir hier... Aber war der hier vielleicht? Na, warte, hier geht's nur noch so viel hoch, Alter. Rein, rein, rein. Ganz, ganz, ganz. Okay, hier geht's vielleicht doch nicht hoch. Ah, hier läuft! Das ist nicht gut! Aber hier geht's hoch. Nein, halt! Lass mich da hoch. Lass mich da hoch. Schön angepockt. So... Woffen, Benny! Oh, Megapunk. Einer bist du schon oben? Äh, fast. Der halt jetzt ist für mich nicht hoch. Haben der Arsch. Jetzt kann man nur einen Aufgang suchen, ja geil. Mann. Pots das schon wieder an. Ja. Ja, Christian, nimm den Weg. Der ist für die Kürze und dauert nicht so lange. Ja, wenn man nicht runterfällt, bleibt man auf oben. Also wenn man nicht runterfällt, bleibt man auf oben. Also wenn man nicht runterfällt, bleibt man auf oben. Macht Sinn. Ja. Da ist schon wieder ein Elektro-Maisen, Alter. Ah, da ist wieder die Ampel, ne? Ja. Holy shit, ey. Also ich bewege mich mal aufs Safe-Haus zu. Ja, ich versuche gerade irgendwie den anderen Vorplan zu holen. Der war's mit... Oh Gott, nein. Wirklich. Bitte. Was dann? Bitte. Ja. LOL. Ah. Hm. Wie betont ist ein Freund von mir, da gab's ein Game-Gasmus. Game-Gasmus. Alles klar. Ja, der hat das so benannt. Keine Ahnung warum. Also ich kenn bloß Nerdgasmus. Ja, du kennst nur Nerdgasmus. Oh ja. Dutzel mich grad durch die Menge, alles klar. Aber ich mach auch mal den Flammenhelm noch. Der Flammenhelm war mega kacke. Du steckst auf ne Zombie drauf und der Zombie speitern Feuer. Ja, aber da krieg ich schon mit. Hm. Echt ein bisschen blöd. Mega lame. Wieso darf ich einen Zauberstab wieder haben? Einen Zauberstab? Ja. Die Ampel ist blöd, weil da konnte ich nicht mal Lautsprecher kaputt machen. War blöd. gebäst... Schön. Ja. Vielen Dank.